Hallo, willkommen bei Nordfallmedizin zu einem neuen EKG-Quickie. Ich habe euch ein interessantes EKG mitgebracht, das ihr hier schon seht. Es handelt sich um das vom türkischen Kardiologen beschriebene Aslanger-Pattern. Und jetzt schauen wir uns das EKG mal an, was da auffällt. Zunächst fällt, wenn man Rhythmus anschaut, ein enorm langer AV1 an. Dann springen ST-Hebungen isoliert eigentlich in 3 ins Auge, auch ein Q in 3, ohne dass jetzt in 2 und AVF eindeutige Hebungen da sind. Auch posterior, also V1 bis 3, vielleicht eine minimale Senkung hier in V2 und dafür deutlichere Senkungen in V4 bis 6, die deszendierend sind und am Ende wird die T-Welle wieder positiv. Dass das EKG pathologisch ist bei einem Patienten, der Thorakschmerzen hat, daran hat, glaube ich, keiner Zweifel. Nur, wie beschreiben wir es jetzt? Ist es ein STEMI, ist es ein N-STEMI? Wie ihr wisst, ist diese Zweiteilung in STEMI und N-STEMI problematisch. Das heißt, dass der STEMI direkt ins Korolabor muss, der N-STEMI aber Zeit hat, weil ungefähr ein Drittel der N-STEMIs haben ein akut verschlossenes Gefäß und sollten eigentlich genauso dringlich kathetert werden wie der S-STEMI. In der Formwelt gibt es dafür den Begriff des OMI, des Occlusive Myocardial Infarction, der vielleicht besser geeignet ist, um diese Hochrisiko-EKGs zu erfassen. Und hier handelt es sich um ein Hochrisiko-EKG und das Aslanger-Pattern sehen wir jetzt durch eine isolierte Hebung in nur einer der inferioren Ableitungen, 2 und AVF, wie gesagt, keine relevanten Hebungen, dann durch eine ST-Strecke, die höher in V1 ist als in V2 und durch ST-Senkungen in mindestens einer der Ableitungen V4 bis 6, hier in allen, die gefolgt sind von einer entweder positiven oder zumindest terminalpositiven T-Welle. Dieses Muster fand Aslanger bei 6% der N-STEMIs, die also fälschlich als N-STEMIs beurteilt wurden und in Wahrheit einen Verschluss meist des RCX hatten und zusätzlich noch eine Mehrgefäßerkrankung mit kritischer Stenose. Warum gibt es dieses EKG-Bild? Hier noch ein Bild aus der Originalpublikation, wo wir auch das Aslanger-Muster sehen mit isolierter Hebung in 3, übrigens auch einer Hebung in AVR und keiner Hebung in 2 und AVF mit Hebung mehr in V1 als in V2 und ST-Senkung in V4 bis 6. Wie kommt es zu diesem EKG-Muster? Interessanterweise sind da zwei Faktoren am Werk. Zum einen haben wir den Hinterwandinfarkt, der eigentlich die Hebung nicht nur in 3, sondern auch in 2 und AVF machen müsste und dann haben wir durch eine zweite Stenose, die subendokardiale Ischämie, die auch einen Vektor macht und zwar einen diffusen, nicht gerichteten ST-Hebungsvektor in AVR. Wir kennen das zum Beispiel von den Hauptstamm-EKGs und durch die Überlagerung des Hinterwandinfarkt-Verletzungs-Stemi-Vektors von 2,3-AVF nach rechts durch den gleichzeitigen Chemie-Vektor mit Positivität in AVR werden quasi die Hebungen in 2 und AVF gelöscht. Es bleibt noch die Hebung in 3. Von der Pathophysiologie hochinteressant. Was bleibt zusammenfassend zu sagen? Wenn man sich dieses EKG anschaut, muss man nicht unbedingt gleich das Aslanger-Muster auch erinnern, memorieren. Aber als wichtiger Praxistipp, wenn man nur geringe Hebungen hat, entweder 2,3-AVF oder vielleicht auch nur in einer Ableitung wie 3, schaut bitte nach kontralateralen Senkungen hier in 1 und AVL. Fast jeder Hinterwandinfarkt hat eine Senkung in AVL. Und wenn ihr die findet und die Klinik des Patienten passt, dann handelt es sich wahrscheinlich um ein High-Risk-ACS, was vielleicht nicht formell den STEMI-Kriterien entspricht, aber dennoch behandelt werden sollte wie ein STEMI. So, das wär's für heute. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.